Wozu Düngemittel? Um zu wachsen, brauchen Pflanzen aus dem Boden Nährstoffe, wie zum Beispiel Stickstoff, Phosphor und Kalium. Synthetische, also künstlich hergestellte Düngemittel, sollen das Pflanzenwachstum erhöhen und die Erträge steigern. Mit der Einführung neuer Technologien in der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert stieg auch der Einsatz synthetischer Düngemittel stark an. Er geht einher mit anderen nicht nachhaltigen Anbaupraktiken. Dazu zählen Monokulturen, Pestizide und Hybridsaatgut, das BäuerInnen jedes Jahr nachkaufen müssen. Trotz der Behauptung der Düngemittelkonzerne, der Einsatz von synthetischem Dünger trage in zentralem Maße zu höheren Erträgen und damit zu mehr Ernährungssicherheit bei, leidet immer noch jeder zehnte Mensch auf der Welt Hunger. Der intensive Einsatz synthetischer Düngemittel geht mit drei großen Problemen einher. 1. Düngemittel schaden Klima und Umwelt 2018 waren die Produktion und der Einsatz von Stickstoffdünger für 2,4% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wie kommt es zu diesen hohen Emissionen? Zum einen ist die Produktion von Stickstoffdünger extrem energieintensiv. Zum anderen wird bei der Ausbringung von Stickstoffdünger Lachgas freigesetzt, welches 300 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Außerdem trägt eine Überdüngung zur übermäßigen Anreicherung von Nitrat im Grundwasser bei und laugt die Böden langfristig aus. Das zweite Problem mit Düngemitteln ist, sie führen BäuerInnen in Abhängigkeiten. Da bei der synthetischen Düngung dem Boden keine organische Masse zurückgegeben wird, wird die Humusschicht der Böden mit der Zeit abgetragen. Die BäuerInnen sind also auf den steten Zukauf von Düngemitteln angewiesen, um große Ernteverluste zu verhindern. Bei schlechten Ernten, etwa im Zuge ungünstiger klimatischer Bedingungen, kann dies zu einer Verschuldung der Bauern führen, da sie die Ausgaben für Düngemittel nicht durch entsprechende Einnahmen ausgleichen können. Die Abhängigkeit macht sich auch bei großen Schwankungen von Düngemittelpreisen bemerkbar, die aufgrund ihrer Produktion eng an die Preise von Öl und Gas gekoppelt sind. Das dritte und letzte Problem ist, die Herstellung und Vertreibung von Düngemitteln liegt in den Händen einiger weniger Konzerne. Nur vier Düngemittelhersteller produzieren 33% des Stickstoffdüngers weltweit. Die größten Düngemittelhersteller haben ihren Sitz in den reichen Industrieländern und beliefern von dort die Weltmärkte. Durch diese Monopolstellung können sie Preise bestimmen. Zusätzlich versuchen Düngemittelkonzerne lange Vermarktungswege zu umgehen. Über die Teilnahme an Entwicklungsprogrammen zur Steigerung landwirtschaftlicher Erträge im globalen Süden können sie ihre Produkte direkt zu den BäuerInnen bringen. Wir halten fest. Kurzfristig mag die Nutzung von Düngemitteln die Erträge erhöhen. Doch langfristig überwiegen die negativen Folgen. Entgegen der Aussage vieler Düngemittelkonzerne liegt die Ursache der globalen Ernährungskrise nicht darin, dass wir zu wenig Nahrungsmittel produzieren. Sie liegt vielmehr in einem intensiven Landwirtschaftsmodell, bei dem Grundnahrungsmittel vermehrt im Tank und im Trog landen anstatt auf dem Teller, sowie der Verteilung und dem Zugang zu Lebensmitteln. Sprich, viele Menschen sind zu arm, um sich ausreichend gesunde Lebensmittel zu leisten. Ihr Menschenrecht auf Nahrung wird verletzt. Also was tun? Durch die Nutzung von Biodünger und Kompost, sowie den Anbau in vielfältigen Kreislaufsystemen, wird der Einsatz von schädlichem Kunstdünger überflüssig. Deshalb muss die Bundesregierung jetzt den agrarökologischen Umbau der Landwirtschaft fördern und gleichzeitig die Macht großer Düngemittelkonzerne beschränken.